Wozu braucht man überhaupt dieses Storytelling? Wenn ich jedes Mal einen Cent bekommen würde, wenn mir die Frage gestellt wird, dann wäre ich Multimillionär. Es gibt auch eine ganz klare Antwort darauf und die ist ziemlich simpel. Du kannst Storytelling verwenden, du musst es aber nicht verwenden. Die meisten Menschen verwenden es aber ganz automatisch und da kommen wir der Antwort auch schon sehr nahe. Wir sind Geschichtentiere, wir Menschen. Seit 70.000 Jahren, seit wir in den Höhlen irgendwo saßen, um ein Feuer drumherum, haben wir für ein Gemeinschaftsgefühl Geschichten erzählt. Später haben wir die an eine Wand gepinselt, für Höhlenmalereien, dann haben wir sie auf Papyrus geschrieben oder in irgendwelche Steine gemeißelt, dann haben wir eine Bibel draus gemacht. Wir erzählen gerne Geschichten. Heute tun wir es auf Social Media zum Beispiel oder auf Netflix. Und da ist genau der Kasus knaxus. Geschichten aktivieren ganz besondere Regionen in unserem Gehirn und verbinden trockene Fakten miteinander. Und warum ist das jetzt im Marketing so wichtig? Weil wir alle eine Ritterrüstung anhaben mit runtergeklapptem Visier und da beschützen wir uns vor den ganzen Marketingbotschaften, die den ganzen Tag auf uns einprasseln. Deswegen probieren wir, nicht da oben in den Kopf reinzugehen, wir probieren in den Bauch zu gehen, durchs Herz und dann in den Kopf später rein. Und das ist gutes Storytelling. Und wenn du jetzt überlegst, brauche ich Storytelling oder nicht, dann ist es eine ganz klare Antwort. Du musst es nicht machen, aber wenn du es nicht anwendest, dann sabotierst du deine eigenen Messages und deine eigenen Marketingaktivitäten. Von daher kann ich dir nur sagen, nutze diese Kraft, die in uns allen liegt. Nutze, wie Menschen funktionieren. Storytelling bildet im Grunde genommen nur ab, wie Menschen funktionieren, wenn eine Herausforderung auf sie einprasselt. Und warum solltest du dieses Potenzial liegen lassen? Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann melde dich gerne bei uns, bei geschichtendieverkaufen.de und da kannst du mal ein kostenfreies Beratungsgespräch mit uns eingehen und mal testen, wo du gerade stehst, ob du schon Geschichten erzählst, ob du schon die richtigen Geschichten erzählst und wie wir gemeinsam deine Geschichte finden, damit du klar positioniert bist und Menschen so begeisterst, dass diese Messages durch ihre Rüstung durchkommen und du damit noch erfolgreicher wirst als Unternehmer, als du sowieso schon bist. Ich freue mich auf dich, geschichtendieverkaufen.de Bis gleich.